So, also noch einmal, wir werden uns jetzt umkümmern, dass die Kurve mal schön effizient gefahren wird. Dass man da also nicht großartig die Reifen runterziehen, runterrödeln, was auch immer, sondern ganz locker fahren, weiches Einlenken, frühzeitiges Einlenken. Okay, schön, jetzt die Ideallinie mal versuchen, hier von außen über innen, kurz für die Bremsfigur gerade dran denken, öffnen, einlenken. Und dann hier in dieser Kurve flage innen bleiben. Gleich nach außen treiben lassen. Auf Fahrbahnwechsel einlenken. Okay, hier die Kurve anbrefen. Erfressen. Einlegen und fährt eine Kurve langsam an und schnell raus, nicht umgekehrt. Und wenn ihr zu schnell in die Kurve reinfahren, müsst ihr auch so lange an der Bremse bleiben, da wo ihr hinten mal längst wieder anfängt zu beschleunigen. Und so mit ein bisschen mehr Endeffekt ist, in der Kurve ja wiederum langsamer. Passt mit Kurve langsam anfahren und schnell raus. So, je mehr du deine Ideallinie fährst und je weniger Lenkungsanschlag du hast, umso mehr oder besser, umso früher, kannst du ja auch ausgeschleunzen. Das schiebt ja noch nicht passen. Ja. Ja, da kann's mit dem Porsche rückwischen weiter hin und fahren mit dem scheiße Probe. Wir fahren ein bisschen weiter hin. Hier müssen wir direkt mit dem Außenlaunde hin. Ich muss nicht zufeier uns gar, では wir gehen an die Uhrpäte랑fahrzeuge. Die Reiswärmten, die Wände ist gleich in den ABS-Bereich hinein. Und dann beginnst du den Arm. Die Schöpfung bleibt gleich nach außen halb. Dann bleibst du rechts und rechts. Die Schöpfung ist relativ international. Aber das ist wahrscheinlich kein Passport. Aber die Schöpfung ist ganz wichtig. Die Fahrt ist ein bisschen weiter, aber es ist sehr schön, aber es ist ein bisschen dichter hinten drauf, das habe ich damit überhaupt kein Problem. Ich hoffe, dass man es kennt. Okay, komm schön, innen. Sehr, sehr schön, super. Ich denke, er ist die Garsche. Okay, wir holen das aber noch. Okay, das soll ich damit machen. So, hier hat er super gemacht. Jetzt ist er wieder innen. Ich bin selbst in der nächsten Station. Okay, wir haben die Nummer 10. Ich bin die nächste Station. Okay, das ist der Ort. Bis zum nächsten Mal.